Einschlafen in Tolkiens Welt Na, hast du es schön gemütlich? Sehr gut, dann kann ich dir jetzt etwas zum Einschlafen vorlesen. Heute geht es um die Meere in Arta. Belegair ist Sindarin für großes Meer. Auch als Westmeer, Scheidemeer, Trennendes Meer und großes Wasser bekannt. Wie der Name Westmeer schon sagt, liegt dieses große Meer im Westen von Mittelerde. Es trennt Mittelerde von Amman. Nach der Flucht der Noldor aus Amman setzten die Valar die verwunschenen Inseln ins Meer, um Seefahrer, die nach Amman segeln wollten, in die Irre und schließlich zum Schiffbruch zu führen. Die Überfahrt gelang vor Erendil niemandem und diejenigen, die es versuchten, kamen bis auf Voronwe nie wieder zurück. Nach dem Untergang Bellerians schufen die Valar die große Insel Númenor zwischen den beiden Kontinenten. Einige Teile Bellerians eragten da als Inseln aus dem Wasser, wie zum Beispiel Tol Morven. Nach dem Ende des Zweiten Zeitalters war das Westmeer nur noch selten Schauplatz historisch bedeutender Ereignisse, da Valinor aus der sichtbaren Welt entrückt war. Zur Zeit des Ringkriegs gab es in diesem Meer vier bekannte Inseln, die kleine Küsteninsel Tol Falas bei Ehtiranduin im Süden und drei weitere vor Forlindon im Norden. Diese hießen Himmling, Tol Morven und Tol Fuin. Außerdem bildete es im Westen zwei große Buchten. Die Bucht von Belfalas und die Eisbucht von Forochel. Bekannte Tierarten im Belegair sind Wale, Seehunde und Schildkrötenwalfische. Ekaya, das ist Quenya für Außenmeer und war das große Meer, von dem das Königreich Arda umgeben war. Im Norden wurde es durch die Helkaraxe von Belegair getrennt. Niemand außer den Valar wusste, wie breit es war. Im ersten und zweiten Zeitalter war es die äußere Begrenzung Eas und war selbst von den Mauern der Nacht umgeben. Ekaya gingen Waja, den äußeren Himmel über und beherbergte die Hallen Ulmos, Ulmonan. Bei der Wandlung der Welt wurde es vollkommen verändert. sind äußerer Ozean, umzingelndes Meer und in einer frühen Fassung Wai. Golf von Luhn oder auch Golf von Luhne genannt. Er bekam seinen Namen vom Fluss Luhn, der sich in ihn ergießt. Der Golf von Luhn entstand erst am Ende des ersten Zeitalters, als Folge der Erschütterungen und die folgende Umgestaltung in der Welt durch die Zerstörung der Sangorotrim. Der Golf entstand auf der Höhe des Flusses Askar, als die Eridluin zerbrachen und das Meer einbrach. Der Golf von Luhn befindet sich im Westen Eriadors und ist eigentlich eine riesige, tiefe geschützte Bucht mit knapp 210 Meilen Länge. Er teilt Lindon in das nördliche Vorlindon und das südliche Harlindon. Auf beiden Seiten des Golfs befinden sich die Eridluin. Der Ausgang zum Belegayer, dem großen Meer, ist verengt und 25 Meilen breit. Im Golf selbst sind zwei weitere Buchten genannt, Forlond im Norden und Harlond im Süden. Es gibt zwei Zuflüsse. Der Luhn im Nordosten ist der Hauptzufluss. An der Mündung des Luhn in den Golf befinden sich die Grauen an Furten. Im Nordwesten gibt es einen weiteren unbenannten Zufluss, der jedoch vormals der Gelion gewesen sein dürfte. Dieser mündet in die Bucht von Forlond, einer Bucht im Norden des Golfs. Meer von Helkar Helkar ist Quenya, für die Eisigen. Das Meer von Helkar war ein großes Binnenmeer, das bis zum Ende des ersten Zeitalters existierte. Es entstand, als Melkor zur Zeit des Frühlings von Arda die Berge Helkar und Ringol umstieß, die die Leuchten Iluin und Ormal trugen. Nach dem Sturz des nördlichen Pfeilers Helkar entstand an seiner Stelle das Binnenmeer von Helkar, während sich am ehemaligen Standort Ringols das Meer von Ringol bildete. An der Ostseite befand sich die Bucht Guivienen, der Geburtsort der Elben. Das Meer von Helkar reichte im Westen ungefähr vom späteren Ithilien bis zu den Orocarni, den Bergen des Ostens. Im Norden vom späteren Dorvinion bis zum fernen Land Hildorien, dem Land der Nachkömmlinge, wo die Edain erwachten. Wann das Meer verschwand, ist unklar. Lediglich weiß man, dass es im Zweiten Zeitalter nicht mehr existierte. Das Binnenmeer von Helkar war 1.025.000 Quadratmeilen groß. Meer von Run oder auch östliches Meer, Binnenmeer von Run, Meer von Runear oder Runa-Jeluin genannt. Das Meer von Run war ein Binnenmeer im Osten Mittelerdes. Zuflüsse waren der Karnen und Kelduin. Am nordwestlichen Ufer befand sich das Land Dorvinion, in dem sehr starker Wein angebaut wurde. Insgesamt war das Meer von Run 17.898 Quadratmeilen groß. Es wurde häufig von großen Stürmen heimgesucht. Im Nordosten reichten Wälder bis nah an die Ufer heran. Im Südwesten erhoben sich hohe Hügel. Der Regierungseinfluss König Elessars reichte bis in den Osten des Meeres. Das Meer von Run ist das größte Binnenmeer Mittelerdes. Meer von Ringol ist Sindarin für Ring und wird auch Meer von Ringil genannt. Das Meer von Ringol war ein großes Binnenmeer im Süden Ardas. Zeit der Leuchten. Es wurde wohl durch das Schmelzwasser des von Melkor umgestoßenen Berges Ringol gebildet, auf dem die Leuchte Ormal stand und die Welt zusammen mit ihrem Gegenstück Eluin bis dato erhellte. Wie auch sein Gegenstück, das Meer von Helkar, verschwand das Meer von Ringol zum zweiten Zeitalter hin. Die Gründe dafür sind unklar. Möglicherweise hat der Untergang Beleriands durch den Krieg des Zorns eine Rolle gespielt. Oder aber auch der Krieg der Mächte. Dieses Meer erscheint nur in frühen Karten von Arda. Das Nurnenmeer ist Sindarin für tiefes Wasser und war ein im südlichen Teil Mordors in der Ebene von Nurn gelegenes Binnenmeer. Es enthielt Salz. Das Ostmeer ist ein Meer im Osten Ardas, welches Mittelerde vom Dunkelland und dem Land der Sonne trennt. Querkaringa ist eine Meerenge im hohen Norden Belegayers. Im Buch der verschollenen Geschichten ist Querkaringa, der frostige Golf, der Name der Meerenge zwischen den äußeren Landen und Mittelerde im äußersten Norden des Westmeeres. Helkaraxe heißt in den verschollenen Geschichten der vereiste Landvorsprung, der sich an diesem Ort von Aman nach Osten erstreckte. Das Meer war in der Meerenge voll von Eisbergen und gefährlichen Strudeln. Normalerweise unpassierbar machte erst die Rückkehr Mälkors in die Nordlande und der von ihm hervorgerufene Wintereinbruch es den Noldor bei ihrer Flucht aus Valinor möglich, dieses gefährliche Gewässer zu überqueren. Auf Bitten der Elben wurde die Eisklaue oder Helkaraxe später von Aule und Tulkas zerstört, um Querkaringa sowohl für die Noldor als auch für Melkor erneut unbegehbar zu machen. Den Namen Helkaraxe übertrug Täukchen später auf die Meerenge selbst. Schattenmeer oder auch der Schatten oder Schattenes Meer genannt. Er streckt sich an der Küste von Aman in den Norden und den Süden. Es ist eine natürliche Meeresstelle des großen Meeres, in die das Licht der zwei Bäume nie drang und so auch nie erhellt wurde. Zuerst war es eine unbewohnte Stelle ohne irgendwelche Inseln oder Häfen, mit Ausnahme von Tol Eressia. Im Zweiten Zeitalter stiegen mitten im Schattenmeer die verwunschenen Inseln zentral heraus und blieben dort, bis das Meer anscheinend mit Aman am Ende des Zweiten Zeitalters aus Arta herausgerückt wurde. Obwohl das Schattenmeer zur Zeit des Dritten Zeitalters nicht mehr bestand, sprach Galadriel in Lothlorien von ihm, und seinen dunklen Wellen. Sie könnte allerdings auch nur von dem jenseitigen Aman und der Umgebung aus ihrer Erinnerung gesprochen haben. Ich hoffe, du bist in der Zwischenzeit gut und fest eingeschlafen.